Hallo alle zusammen! Ich bin heute hier mit zwei Männern aus Äthiopien. Und wie heißt ihr? Ich heiße Abdou Idris. Ich heiße Nuri Hussein. Und sie schauen immer meine Videos auf YouTube. Sie haben mich gerade hier im Hauptbahnhof angesprochen. Was macht ihr hier in Berlin? Heute haben wir eine große Demonstration wegen unserem Heimatland. Wegen Äthiopien? Ja, wegen Äthiopien. Deswegen kommen wir hier und dann wir gucken in die Hania. Unsere beste Lehrerin online. Und gefällt euch Berlin? Ja, sehr super. Das ist eine große Stadt, da kann man alles sehen. Eigentlich kommt ihr aus Bayern. Servus Bayern! Servus Bayern! Hallo! Servus Bayern! Und wo in Bayern wohnt ihr? Oberfranken. Oberfranken. Ah, und sprecht ihr bayerisch? Ja, bayerisch Akzent. Ein bisschen Akzent. Und wie habt ihr so gut Deutsch gelernt? Wir folgen der Kanal von Anja. Das ist sehr schön. Wir lernen neue Worte von sie. Arbeitet ihr hier oder lernt ihr Deutsch? Ja, bis jetzt in Deutsch lernen. Berufsschule, ja. Ah, Berufsschule. Sehr schön. Was gefällt euch in Deutschland? Ja, gefällt uns in Deutschland, alle Leute sind freundlich. Ah, wirklich? Wow! Alle Leute sind freundlich. Ich denke das nicht manchmal. Manchmal, ja. Aber nicht alle. Was ist dein lieblings deutsches Wort? Habt ihr ein deutsches Wort, was ihr ganz gern sagt? Servus! Was gefällt euch nicht so gut in Deutschland? Gibt es etwas, wo ihr sagt, eh, vielleicht das Wetter? Richtig. In Äthiopien ist das Wetter besser, oder? Ja, Sonne. Immer Sonne. Ja, aber in Deutschland manchmal Sonne, hier viel regnet und kalt auch. Ja, das stimmt. Im Winter ist es sehr gut. Ja, aber im Sommer ist es sehr super, sehr schön. Und sonst, das Essen? Gefällt euch das Essen? Ja, das Essen... Ja, ja, ja. Ihr könnt ehrlich sein. Bei mir, bei mir, bei mir. Kartoffelsalat, sehr super. Ah ja, Kartoffelsalat, super. Hallo. Hallo, Susanne. Hallo, alle Susanne. Hallo, alle Susanne. Ich habe abonniere dich mal in deinen Kanal. Ah, sehr schön. Danke. Woher kommst du? Aus Äthiopien. Oh, auch aus Äthiopien? Aus Äthiopien. Ihr seid alle hier für die Demonstration. Ja, Demonstration, ja. Cool. Woher kommst du? Ich komme aus Oromia. Und wo wohnst du in Deutschland? Ich wohne in Nürnberg. In Nürnberg? Ja. Ihr kommt alle hier zusammen. Vielen Dank für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Einen schönen Abend noch. Tschüss. 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 Tschüss.